Sie ist auf der Strecke, wer hat gewinnt, welche Österreicher, das ist die große Frage. 1,43, 1,43 ist die beste Zeit. Auf geht's mal, Fred Bremer. Hier hören die letzte Tage. Hallo, es alle Herren. Verm, dB! Verm, dB! 1,43, 1,44, 1,45! 1,45! 1,45! 1, 5, 1, 6 und 4